Als Picasso starb, wollten Jacqueline und ich ihn auf seinem Grundstück in Mougin begraben. Doch das ging nicht. Er hätte nur auf dem Friedhof begraben werden können. Das hätte er aber nicht gewollt. Also haben wir ihn in Bovenarg betragen, auf dem Grundstück seines Schlosses. Ich habe ihn mit einem Oman, einer Torero-Kapa, die mir mein Vater aus Madrid geschickt hatte, eingehüllt. So ist das Leben. Und dann, als Jacqueline sich umgebracht hat, habe ich sie auch hier begraben. Sie ist über ihr begraben. Und dann ist er, sie, über sie. Alles an seinem Platz. A so sitio.